Guten Tag, hallo. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich bin zur allgemeinen Untersuchung, ja. Okay, alles klar. Also keine Beschwerden derzeit? Nee, mir geht es aktuell ganz gut, aber ich wollte mal nur so alles durchschicken. Okay, ist in Ordnung. Dann würde ich jetzt einfach mal damit anfangen, sie einmal abzuhören. Ja. So. Einmal bitte ganz tief Luft holen und wieder ausatmen. Super. Nochmal. Und ausatmen. Okay. Und einmal noch. Und ausatmen. Super. Okay, da klingt schon mal alles super. So. Perfekt. Nicht wundern, ich mache mir nebenbei ein, zwei Notizen. Okay. So, als nächstes werde ich einmal Ihren Blutdruck messen. Genau. Dafür nehme ich mir diesen kleinen Helfer hier. Geht das so? Ja. Okay. Nicht erschrecken. Genau. Ist es auszuhalten? Ja, ist okay. Ja, gut. Ist Ihre Straße eigentlich leicht geblieben? Oder sind Sie hier leicht geblieben? Die sind leicht geblieben. Ja. Okay, super. Telefonnummer habe ich eine andere, aber die habe ich vorne schon angetrieben. Okay, perfekt. So. Lassen wir ihn mal noch kurz. Kann ich mir in der Zeit schon mal meine Handschuhe anziehen? Ja. Dann schauen wir mal. Ja. Dann schauen wir mal. Ja. Hier hin. Also, ich würde jetzt einmal Ihren Hals einmal abtasten, ja. Da irgendwie was geschwollen ist. Wir spüren Sie irgendwo Schmerz? Okay, super. Okay, perfekt. So, als nächstes würde ich Sie jetzt einmal bitten, dem Licht hier zu folgen, ja? Dann machen Sie gut. Ich komme jetzt einmal dichter. Also, das ist auch alles in Ordnung. So, wie lange ist denn Ihre letzte Tetanus-Impfung her? Boah, ich glaube, drei Jahre. Okay. Könnten wir also mal wieder auffrischen. Hätten Sie was dagegen, wenn wir das heute gleich machen? Ähm. Oh, Angst vor Spitzen? Ein bisschen, aber den können wir heute auch wohl machen. Okay, ich bin auch ganz vorsichtig, versprochen. Mhm. So. Vorher würde ich noch einen anderen Test nehmen. Und zwar hier mit. Ich werde jetzt einmal draufklopfen. Und wenn Sie die Vibration nicht mehr wahrnehmen, beziehungsweise hören, dann sagen Sie mir einfach Stopp, ja? Mhm, okay. Stopp. Stopp. Mhm, perfekt. So. gut so nicht erschrecken ich werde jetzt einmal die stelle desinfizieren wo wir noch spritzen so sind sie bereit sagt das war es auch schon schnappen wir uns jetzt ein schönes pflaster und war doch gar nicht so schlimm oder ein kurzer piks von einer sekunde ein bisschen blut aber das ist ganz normal dann sind wir jetzt erstmal wieder durch mit der Mumma dann haben wir erstmal ein paar Jahre wieder Ruhe dann wären wir an sich auch schon durch wir sind kerngesund ja freut mich alles klar sind wir uns so im halben Jahr alles klar ich mache dann einen Termin vorne alles klar